Lüa Mara eigentlich Aleksandra Gudowitsch, Lettisch, Aleksandra Gudowica, Sternchen 1. August 1893 in Riga, Gouvernemat Liefland, russisches Kaiserreich, 1. November 1969 in Lausanne, Schweiz war eine deutsche Stummfilmschauspielerin lettisch-polnischer Herkunft. Leben die Tochter des Gerichtsbeamten Anton Gudowitsch und seiner Frau Mathilde, Geb. Abolet, ging nach Schulabbruch, dem Besuch einer Ballettschule und einer ersten Anstellung am Ballett des Staatstheaters in Riga 1913 nach Warschau und wurde Prima Ballerina. Zunächst nebenher trat sie ab 1916 als Miamara im polnischen Film in Erscheinung und spielte dort in zwei Filmen gemeinsam mit Pola Negri. Der Regisseur, Produzent und Schauspieler Friedrich Zelnik entdeckte sie und holte sie 1917 nach Berlin, wo sie von nun an fast ausschließlich in seinen auf sie zugeschnittenen Unterhaltungsfilmen auftrat. Ihr erster deutscher Film war dabei Das Geschlecht der Schelme. 1. Teil. Am 1. Juli 1920 heiratete Zelnik Lüa Mara. Die Sujets ihrer Filme waren kolportagehaft und hoben sich damit nicht vom durchschnittlichen Unterhaltungsfilm der Zeit ab. In den 1920er Jahren stand sie mehrfach mit Hans Albers vor der Kamera. Lüa Mara spielte ab etwa 1925 in kommerziell erfolgreichen Stummfilm-Operetten wie die Förster Christel, an der schönen blauen Donau, der Zigeuner Baron U. A., neben Alfred Abel und Harry Liedtke. Im Zuge dieses Erfolges erschien eine Romanreihe als Groschenheftchen unter dem Titel Lüa. Der Herzensroman einer Kinokönigin. Danach zog sie sich aus dem Filmgeschäft zurück. Ihr einziger Tonfilm ist die Zelnik-Produktion Jeder fragt nach Erika. 1933 folgte sie ihrem Mann ins Exil nach London. Nachdem Friedrich Zelnik 1950 verstorben war, ging Lüa Mara 1966 nach Lausanne. Dort ließ sie sich zunächst im Hotel Eden und dann im Hotel Mirabonida. Sie starb 1969 in der Klinik Beuys-Zerf und wurde auf dem Friedhof Boade Fawkes beigesetzt.